Bei den Pfadfindern haben wir immer den Witz gemacht, dass nur alte Leute auf Feldbetten schlafen. Warum das auf keinen Fall so ist und warum ein Feldbett auch für dich perfekt sein kann, zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin euer Jasun vom Belga-Team. Ein Feldbett kennst du bestimmt aus den Nachrichten oder aus dem Fernsehen, aus Massenunterkünften in Sporthallen oder von der Bundeswehr. Und das nicht ohne Grund, denn Feldbetten sind klein zusammenzufalten, sehr leicht und extrem bequem drauf zu schlafen. Der größte Vorteil für mich an einem Feldbett ist das Aufstehen. Man kann direkt sitzen, es fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause auf der Bettkante. Und natürlich, dass es bequem ist. Man liegt nicht direkt auf dem Boden, man ist geschützt vor Ungeziefern unter Nässe. Und in einem Zelt hast du auch mehr Platz, denn dein Gepäck kannst du einfach unter dem Bett verstauen. Und das Feldbett muss nicht immer olivgrün sein. Es gibt auch tolle Farben, wie dieses hier in Bergerblau und echte Innovationen, wie ein stapelbares Feldbett, wo zwei Leute übereinander schlafen können. Oder sogar ein Zelt, was du direkt auf dein Feldbett spannst. Beim Kauf deines Feldbetts solltest du auf drei Sachen achten. Wie lang bist du? Daher wie lang soll das Bett sein? Wie schwer bist du? Daher wie belastbar muss das Bett sein? Und wie klein und leicht lässt sich das Bett zusammenfalten, dass du es auch bequem überall mit hinnehmen kannst. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Das Bett ist zwar super bequem, aber es isoliert nicht. Daher empfiehlt es sich trotzdem, eine Isomatte zu verwenden. Da die Füllung des Schlafsacks durch den Druck von dir auf das Bett ihre Isolationsfähigkeit quasi komplett verliert. Hier verlinke ich dir noch ein spannendes Video, falls du noch mehr Zeit auf YouTube verbringen willst. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß beim Campen.